Heute gucken wir uns eine Aufgabe an, die hat mit dem Thema Coulomb-Kraft und Abstoßung von geladenen Körpern zu tun. Sie dreht sich aber auch darum, wie man in der Physik Probleme geometrisch lösen kann und in dem Zusammenhang vor allem Kräfteparallelogramme aufstellen und auswerten. Also los geht's! So, diese Aufgabe hat den Titel Doppelpendel. Ist vielleicht ein bisschen irreführend, weil hier eigentlich gar nichts pendelt, sondern wir gucken uns ein Kräftegleichgewicht an von zwei Massestücken, die eben gleichmäßig ausgelenkt werden. Wie kriegen wir das hin, dass wir diese Situation kriegen, wie in dem Bild dargestellt? Naja, wir nehmen zwei metallisch leitende Kugeln, die sollen jeweils 5 Gramm Masse haben und hängen diese Kugeln jeweils an einem Faden mit der Länge S, die auch gegeben ist als 20 Zentimeter. Und wenn wir das machen, dann hängen die beiden Kugeln natürlich erstmal einfach runter, weil ja nur die Gewichtskraft wirkt. Aber wir nehmen uns jetzt eine Hochspannungsquelle und laden diese Kugeln eben auf. Und dadurch, dass sie dann gleichnamig geladen sind, stoßen sich die beiden Kugeln ab und lenken sich eben aus der Ruhelage aus und bilden dann eben ein neues Kräftegleichgewicht. Und in der Aufgabe ist dann auch noch gegeben, dass eben der Winkel, unter dem diese beiden Pendel dann sozusagen ausgelenkt sind, 10 Grad betragen soll. Ist eine etwas konstruierte Situation. Wahrscheinlich wird kein normaler Mensch in seiner Freizeit auf die Idee kommen, sowas zu machen. Ist ja auch gefährlich, Hochspannung und so. Aber Physiker machen halt manchmal komische Sachen in ihrer Freizeit. Und vor allem kann man daran eben gut bestimmte Sachen ausrechnen. Und das wollen wir jetzt in der Aufgabe auch mal machen. Wir starten mit Aufgabe A. Da sollen wir zuallererst mal den Betrag der Kraft berechnen, mit der sich die beiden Kugeln abstoßen. Kontrollergebnisse haben wir gegeben. Wir können also gucken, ob wir auch dabei rauskommen. Und letzten Endes ist eben physikalisch gesehen diese Kraft, die für die Abstoßung dieser beiden gleichnamig geladenen Kugeln sorgt, eben die Coulomb-Kraft. Die nenne ich FC. Die ist gesucht. Und normalerweise würde man jetzt wahrscheinlich die Formel für die Coulomb-Kraft raussuchen und gucken, ob man die Größen in dieser Formel irgendwie gegeben hat und die einsetzen kann. Da stellen wir aber fest, das bringt uns hier nicht weiter, weil wir eben bestimmte Größen, die wir dafür bräuchten, gar nicht gegeben haben. Es gibt aber einen anderen Trick. Man kann nämlich relativ einfach sich das Ganze geometrisch angucken und über das Kräfteparallelogramm einfach die Geometrie ausnutzen und so eben auf den Betrag der Kraft schließen. Und genau das wollen wir jetzt mal machen. Dafür nehme ich mir als erstes mal eine etwas größere Skizze, damit ich besser zeichnen kann. So. Und verlängere erstmal diesen Faden. Also die Länge s soll jetzt mal bis zum Mittelpunkt der Kugel gedacht sein, damit man das eben auch ausrechnen kann. So. Und jetzt zeichne ich einfach mal die Kräfte, die auf diese linke Kugel einwirken, um dann das Kräfteparallelogramm zu bekommen. Als erstes, wie gesagt, wird die Kugel eben abgestoßen von der anderen Kugel. Das heißt, wir haben eine Coulomb-Kraft, die hier nach links wirkt. Und dann hat die Kugel natürlich noch eine Masse, also wirkt auch eine Gewichtskraft auf die Kugel. Die wirkt nach unten. Und das ist die Gewichtskraft Fg. Und das heißt, wir haben zwei Kräfte, die in verschiedene Richtungen wirken. Und daraus ergibt sich eine resultierende Kraft, die man eben im Kräfteparallelogramm konstruieren kann. Deshalb male ich jetzt mal dieses Parallelogramm, was hier aufgespannt wird, ein. Und daraus ergibt sich dann diese resultierende Kraft, die im Endeffekt so nach links unten zeigt. Und das heißt, das Pendel wird sich jetzt genau so weit auslenken, bis eben der Faden, an dem diese Kugel hängt, diese Kraft genau kompensieren kann. Das heißt, wir haben jetzt eine Gegenkraft zu dieser resultierenden Kraft, die eben entlang des Fadens wirkt. Das ist dann die sogenannte Fadenkraft. Und die sorgt dafür, dass wir in Kräftegleichgewicht haben und sich da eben nichts mehr bewegt, wenn sich das richtig eingependelt hat. Heißt also zusammengefasst, die Coulomb-Kraft und die Gewichtskraft werden in diesem Kräftegleichgewicht gerade durch die Zugkraft des Fadens wieder ausgeglichen. Damit haben wir jetzt also schon mal das Kräfteparallelogramm gezeichnet und können also erläutern, wie sich die einzelnen Kräfte an dieser Kugel verhalten. Und um jetzt wirklich einen Betrag einer Kraft zu bestimmen, müssen wir einfach noch geometrisch auf die Sache drauf gucken und ein paar Winkelbeziehungen im Dreieck anwenden. Wir haben nämlich hier unten ein rechtwinkliges Dreieck und der Winkel zwischen Fg und der resultierenden Kraft Fres, der entspricht gerade dem Winkel Alpha halbe. Das kann man gut sehen, weil ja die Kraft Fres gerade in Richtung des Fadens zeigt. Und damit kennen wir zwei Winkel und eine Seite und damit können wir über die Sinus-, Cosinus- und Tangensfunktionen alle anderen Informationen über dieses Dreieck berechnen. In unserem Fall interessiert uns jetzt der Betrag von Fc, also diese blau gestrichelte Linie da unten. Und da wir Fg und den Winkel Alpha kennen, können wir in diesem Fall den Tangens benutzen, um aus den bekannten Größen die unbekannte Größe auszurechnen. Ich schreibe diese Winkelbeziehung einfach mal hin. Also der Tangens ist ja definiert als Gegenkathete durch Ankathete. Das heißt in unserem Fall, Tangens von Alpha halbe ist gleich Fc durch Fg. Und das können wir einfach umstellen, um Fc rauszukriegen. Und dann haben wir Fc ist gleich Fg mal Tangens von Alpha halbe. Und das Einzige, was wir dann noch machen müssen, ist die Formel für die Gewichtskraft einsetzen. Die kennen wir. Gewichtskraft ist gegeben als Masse mal Ortsfaktor. Das heißt, den Betrag der Coulomb-Kraft, den können wir bestimmen über die Formel Fc ist gleich M mal G mal Tangens von Alpha halbe. Das heißt, wir brauchten jetzt hier gar nicht die Formel für die Coulomb-Kraft wirklich einzusetzen, sondern wir konnten über diese Winkelbeziehung aus dem Kräfteparallelogramm die gesuchte Kraft einfach durch eine andere Kraft ausdrücken, indem wir die Winkelbeziehung zwischen den Kräften genutzt haben. Und das können wir dann im letzten Schritt eben auch noch ganz konkret ausrechnen, indem wir die Werte einsetzen. Wir kriegen dann also Fc ist gleich 9,81 Meter durch Sekunde Quadrat mal 5 mal 10 hoch minus 3 Kilogramm mal Tangens von 10 Grad durch 2. Heißt, in dem Fall ist die Coulomb-Kraft 4,29 mal 10 hoch minus 3 Newton. Und das ist auch genau das Kontrollergebnis. Da haben wir also alles richtig gemacht. Weiter geht's mit Aufgabe B. Jetzt ist gefragt nach der Gesamtladung der beiden Kugeln. Also Q-Gesamt ist gesucht. Und hier kommt jetzt doch die Formel für die Coulomb-Kraft ins Spiel. Ich schreibe sie mal hin. Fc ist gleich 1 durch 4 Pi Epsilon 0 mal Q1 mal Q2 durch den Abstand dieser Kugeln zueinander hoch 2. Das können wir schon mal ein bisschen einfacher machen, weil wir wissen, die beiden Kugeln haben die gleiche Ladung. Das heißt, wir können einfach einsetzen Q1 ist gleich Q2 und nennen diese neue Variable dann einfach Q. Heißt, in unserem Fall ist Fc dann einfach gleich 1 durch 4 Pi Epsilon 0 mal Q Quadrat durch R Quadrat. Und was uns hier interessiert, ist eben diese Größe Q. Das heißt, ich löse das jetzt mal nach Q auf, indem ich erstmal alles, was im Nenner eines Bruches steht, rüber multipliziere. Dann kriege ich Q Quadrat ist gleich Fc mal 4 Pi mal Epsilon 0 mal R Quadrat. Und um dann auf die Ladung Q zu kommen, muss ich noch die Wurzel ziehen. Also Q ist gleich die Wurzel aus dem Ganzen, Wurzel aus Fc mal 4 Pi Epsilon 0 mal R Quadrat. Da gibt es jetzt zwei unbekannte Größen. Einmal Fc, deren Betrag haben wir gerade schon bestimmt. Die ist also eigentlich gar nicht mehr unbekannt. Aber die Größe R bzw. R Quadrat, die haben wir noch nicht bestimmt. Die müssen wir uns noch irgendwie aus diesem Diagramm besorgen, bevor wir dann wirklich was ausrechnen können für die Ladung. Und auch hier hilft uns jetzt wieder das Dreieck, was wir da oben haben. Wir können also wieder geometrisch drauf gucken. Wir müssen also irgendein Dreieck finden, wo der Abstand R als eine Strecke irgendeine Rolle spielt. Und das haben wir hier oben natürlich auch in der Skizze. Das wäre also hier dieser Abstand R, den suchen wir. Und den müssen wir jetzt geschickt in Verbindung bringen zu einem rechtwinkligen Dreieck, um ihn wieder über Sinus, Cosinus oder Tangens in Verbindung setzen zu können zu den Größen, die wir schon kennen. Und das gesamte Dreieck ist jetzt leider kein rechtwinkliges Dreieck. Deshalb können wir jetzt nicht über dieses große Dreieck gehen, sondern wir müssen sozusagen künstlich das Dreieck nochmal halbieren, damit wir ein rechtwinkliges Dreieck haben. Denn diese Definitionen für Sinus, Cosinus und Tangens, die gelten ja in dieser einfachen Form immer nur im rechtwinkligen Dreieck. Das heißt, ich halbiere jetzt hier dieses Dreieck mal, ziehe also von oben einmal so eine senkrechte Linie durch. Dann haben wir als Seitenlänge dieses Dreiecks nur noch R halbe und als Winkel nur noch Alpha halbe. Aber dafür haben wir wieder ein rechtwinkliges Dreieck und können wieder Sinus, Cosinus und Tangens benutzen. Welche von diesen drei Funktionen wir dafür nehmen, hängt immer davon ab, was man schon kennt vom Dreieck und was man sucht. In unserem Fall kennen wir die Hypotenuse des Dreiecks, das ist nämlich die Seitenlänge s. Und wir kennen den Winkel Alpha halbe. Und zu diesem Winkel Alpha halbe suchen wir jetzt die Gegenkathete. Das heißt, in unserem Fall brauchen wir hier den Sinus, denn der Sinus ist definiert als Gegenkathete durch Hypotenuse. Und dann haben wir alles in unserer Formel drin, was wir brauchen. Ich schreibe es mal hin, Sinus von Alpha halbe ist dann gleich R halbe durch S. Und wenn wir das nach R umstellen, das ist ja die Größe, die uns interessiert, dann kriegen wir R ist gleich 2 mal S mal Sinus Alpha halbe. Ich mache hier mal einen Kasten drum, damit man sieht, dass das eine Nebenrechnung ist. Und dann können wir jetzt wieder zurückgehen zu unserer eigentlichen Formel, nachdem ich mir hier noch ein bisschen Platz gemacht habe. Denn eigentlich suchen wir ja die Ladung Q, für die wir die Größe R eben noch einsetzen müssen. Das war ja der Grund, warum wir uns nochmal das Dreieck angeschaut haben. So, da waren wir stehen geblieben. Q ist gleich Wurzel aus FC mal 4 Pi Epsilon 0 mal R Quadrat. Bevor wir das R jetzt einsetzen, können wir diese Wurzel erstmal noch ein bisschen vereinfachen. Denn manche dieser Größen, die unter der Wurzel stehen, da können wir die Wurzel für ausrechnen. Wir können die Wurzel aus 4 bestimmen, das ist einfach 2. Und die Wurzel aus R Quadrat ist natürlich einfach R. Das heißt, ich schreibe das nochmal einfacher hin als Wurzel aus FC mal Pi mal Epsilon 0 mal 2R. Und jetzt können wir dann, wie gesagt, das einsetzen, was wir für R gerade uns aus dem Dreieck hergeleitet haben. Und haben dann Q ist gleich Wurzel aus FC mal Pi mal Epsilon 0 mal 2 mal 2 mal S mal Sinus Alpha halbe. Da stehen schon nur noch Sachen drin, die wir auch gegeben haben als Größen. Das heißt, wir könnten das jetzt schon ausrechnen. Aber wenn wir nochmal in die Aufgabe gucken, ist es die Gesamtladung der Kugeln gesucht. Und aktuell haben wir nur die Ladung einer Kugel uns hingeschrieben mit der Formel. Das heißt, eine Bedingung, die wir jetzt noch beachten müssen, ist der Umstand, dass Q Gesamt dann natürlich die doppelte Ladung ist, weil wir ja zwei Kugeln haben. Also Q Gesamt ist gleich zweimal Q. Mit der Bedingung setze ich dann auch direkt die Werte mit ein. Dann kriegen wir nämlich raus, Q Gesamt ist gleich zweimal die Wurzel aus 4,29 mal Sinus minus 3 Newton. Das hatten wir, wie gesagt, in Aufgabe A schon ausgerechnet. Mal Pi mal Epsilon 0, das ist eine Konstante, findet man in der Formelsammlung. Die beträgt 8,85 mal 10 hoch minus 12 Ampere Sekunde durch Voltmeter. Das alles steht in der Wurzel. Mal 4 mal 0,20 Meter. Das ist der Abstand S. Und jetzt brauche ich noch ein bisschen mehr Platz. Das Ganze mal den Sinus aus 10 Grad durch 2. Und wenn man sich da nicht vertippt im Taschenrechner, dann kommt man raus bei einer Gesamtladung von 4,82 mal 10 hoch minus 8 Ampere Sekunden. Jetzt wissen wir also die Ladung, die auf diesen Kugeln sich befindet. Und in Aufgabe C sollen wir jetzt noch zeigen, dass für diese Gesamtladung eben eine Formel gilt, die da unten nochmal angegeben ist. Und die sieht noch ein bisschen anders aus als die Formel, die wir gerade berechnet haben. Der Grund dafür ist, dass wir für Fc einfach den Wert eingesetzt haben, den wir in Aufgabe A schon berechnet haben. Was wir im Prinzip jetzt also noch machen müssen, ist einfach die Formel, die wir für Fc bestimmt haben, nochmal in unsere Formel hier unten einsetzen. Und dann werden wir sehen, dass das genau das ist, was da unten gegeben ist. Als Ansatz schreibe ich nochmal die Formel hin, mit der wir eben für Q gestartet sind. Und wir wissen also, Q ist gleich Wurzel Fc mal 4 Pi mal Epsilon 0 mal R². Und wie gesagt, müssen wir jetzt für Fc einfach nochmal das einsetzen, was wir uns gerade hier aus dem Dreierk hergeleitet haben. Das hatten wir in Aufgabe A schon. Da haben wir rausgekriegt, Fc ist gleich Fg mal Tangens von Alpha halbe. Und das ist gleich M mal G mal Tangens von Alpha halbe. Das setze ich jetzt also hier ein. Kriege dann Q ist gleich M mal G mal Tangens von Alpha halbe mal 4 Pi mal Epsilon 0 mal R². Und für das R² hatten wir gerade auch in Aufgabe B schon was rausgekriegt. Das setze ich jetzt auch nochmal ein. Und dann haben wir Q ist gleich Wurzel M mal G mal Tangens Alpha halbe mal 4 Pi mal Epsilon 0 mal 4s² mal 4s² mal Sinus² von Alpha halbe. Und auch das können wir nochmal kurz ein bisschen vereinfachen. Wir können wieder teilweise das Wurzelziehen machen und kriegen dann, wenn wir diese beiden Terme hier rausziehen, Q ist gleich 4s mal Wurzel aus M mal G mal Tangens Alpha halbe mal Pi mal Epsilon 0 mal Sinus² Alpha halbe. Das ist auch beim Vorlesen eine ganz schön sperrige Formel. Und dann sind wir fast fertig. Einmal muss ich mir noch Platz machen und das Ganze ein bisschen umschieben. So, was uns jetzt noch fehlt, ist wieder diese Bedingung, dass die Gesamtladung ja die doppelte Ladung sein muss, weil wir zwei Kugeln haben und nicht nur eine. Das heißt, es kommt nochmal ein Faktor 2 da rein. Und dann kommen wir raus bei Q Gesamt ist gleich 8s mal Wurzel aus Epsilon 0 mal Pi mal M mal G mal Tangens Alpha halbe mal Sinus² Alpha halbe. Die einzelnen Variablen habe ich jetzt schon ein bisschen umsortiert, damit sie genauso in der Reihenfolge dastehen wie oben in der gegebenen Formel. Und dann könnt ihr auch direkt sehen, dass das genau dem entspricht, was wir da oben gegeben hatten, was wir also zeigen sollten. Auch wenn die Formel also ein bisschen sperrig aussieht, war es am Ende eigentlich nur, die Ergebnisse aus Aufgabe A und B nochmal zusammenführen und eben in einer Formel kombinieren. Genau, und ihr habt sicherlich auch gemerkt, es ging erstaunlich wenig um Coulomb-Kraft. Man musste nur einmal die Definition der Kraft einsetzen, sondern eben vor allem sich nochmal so Winkelbeziehungen im Dreieck anzugucken. Und da muss man auch ein bisschen einen Blick für bekommen. Also viele Physikaufgaben funktionieren tatsächlich so, dass man sich eben passende Dreiecke suchen muss und dann über Sinus und Cosinus oder Tangens argumentieren muss. Und dafür muss man eben ein bisschen üben, wie man diese Dreiecke sinnvoll legt in so Skizzen und wie man die erkennen kann. Das kann man in dieser Aufgabe ganz gut machen. Und ich hoffe, ich habe es auch einigermaßen nachvollziehbar erklärt. Wenn nicht, wisst ihr ja, könnt ihr immer gerne Fragen in die Kommentare schreiben. Und sonst bis zum nächsten Mal. Und dann bis zum nächsten Mal.